Also ich heiße Alex, ich bin 25 Jahre alt, ich lebe in Karlsruhe, ich bin bisexuell und meine Pronomen sind er, ihm. Und ich bin Student für Medien- und Kommunikationsinformatik. Also gemerkt schon relativ früh, dass irgendwas anders ist. Also ich kann mich auch erinnern, dass meine Mutter mal gemeint hat, als ich so 5 war, wenn ich mal einen Mann mit heimbringe, ist auch okay. Aber dann mir wirklich auch eingestanden, das war so mit 16, weil ich mich damals zum ersten Mal in den Kerl verknallt habe. Meinen besten Freund damals, was ein bisschen doof war, weil die Freundschaft auch dann kaputt ging so zeitweise. Aber ja, also dann halt gemerkt, okay, da ist was anderes. Und dann drüber nachgedacht, gemerkt, okay, ich stehe auf meiner Unterfrauen. Mittlerweile vielleicht auch pansexuell. Hm, ist gerade so im Kopf drin, weiß ich nicht ganz. Jo. Bist du damit gut zurechtgekommen? Also am Anfang, so im ersten Moment, war es ein bisschen schwierig, mir das einzugestehen. Einfach nur, weil ich es halt auch über Jahre schon so halber verdrängt hatte. Ich hatte halt so sexuelle Neugier, aber halt nicht emotional. Und dann so, es hat ein bisschen Überwindung gekostet, auch einzugestehen, okay, das ist mehr als eine Freundschaft, was ich da empfinde. Ähm, aber ansonsten hatte ich da eigentlich nie Probleme mit. Vor wem hast du dich zuerst geoutet? Ähm, vor meiner Mutter. Und zwar am Tag von meiner Abschlussfeier von der Realschule, weil ich da halt von ihr einen Kommentar bekommen habe in Richtung von meinem besten Freund, den sie als Spaß gemeint hat. Und dann ich so ein bisschen, Mutter, sei ruhig. Und dann halt abends darüber geredet und dann hat sie halt gefragt, was das war. Und ich halt gemeint, ja, hattest halt recht, Nagel auf den Kopf getroffen. Und ja, dann halt von meiner Mutter mich als erstes geoutet. Wie hat deine Mutter darauf reagiert? Also am Anfang war es halt so ein kurzes, was, echt jetzt? Und dann aber so, ich bin halt ihr Sohn, ist halt okay, sie hat es ja schon kommen sehen, mehr oder weniger. Also war eigentlich nie ein Problem. Wie hat der Rest deiner Familie reagiert? Wie hat der Rest deiner Familie gemacht? Also ich habe ja ein Date. Er heißt Dominik. Und von meiner Oma kam nur zu sagen, ach, willst du denn etwas Richtiges suchen? So. Und ich so, mache ich doch. Mein Großvater war so, hm, solange ich glücklich bin, ist alles okay. Und mein Dad war einfach nur ruhig eigentlich im Großen und Ganzen. Und seitdem auch nicht mehr wirklich Thema gewesen nach Hause. Wie haben deine Freunde auf dein Coming-out reagiert? Eigentlich über die Zeit relativ entspannt. Also viele Leute merken mir das auch schon relativ an, relativ schnell, wenn sie mich kennenlernen, weil ich damit auch sehr offen umgehe. Und dadurch ist das jetzt kein so ein Geheimnis. Am Anfang habe ich mich einfach ganz langsam Schritt für Schritt geoutet. Also halt zuerst beim besten Freund, weil der ja betroffen war mehr oder weniger. Das war die einzige Schlechtereaktion, die ich jemals hatte, weil er halt auch Angst hatte, dass die Freundschaft dran kaputt geht, weil er es halt auch schon mit Mädels so hatte, dass die dann halt sich distanziert haben von ihm. Aber ansonsten war es immer einfach nur so, nö, nö. Was heißt es für dich, bisexuell zu sein? Für mich definieren einfach nur, ich stehe halt auf Männer und auf Frauen, so im Großen und Ganzen. Wobei es jetzt für mich persönlich auch mehr ist, dass ich deutlich eher mir eine Beziehung mit einem Mann vorstellen kann mittlerweile. Früher war das andersrum. Da war es sexuelle Interesse mehr an Männern, aber emotional war ich mehr bei Frauen. Meine einzige wirklich lange Beziehung war auch mit einer Frau, über fünf Jahre lang. Und ansonsten, wie gesagt, denke ich ja gerade darüber nach, ob ich vielleicht auch Pan bin, weil es mir eigentlich egal ist, wie jemand sich fühlt, wie jemand sich identifiziert. Hauptsache, ich finde den Menschen toll. Und deswegen, Zitat aus einer Serie, die ich gerade schaue, ich verliebe mich halt in den Menschen und nicht in den Körper oder die Genitalien oder sonstige Merkmale. Hast du schon mal Diskriminierungserfahrungen gemacht? Da hatte ich tatsächlich bisher eigentlich eher weniger, ich sage jetzt mal, Probleme mit. Also eher so, wenn man online so swiped auf Tinder und dann halt so drinsteht, keine Bisexuellen. Passiert selten, aber passiert, weil manche Leute einfach Vorteile haben. So, die sind nur greedy, die können nicht treu sein oder sowas. Auch mit meiner Ex-Freundin gab es da ab und zu mal dieses Gespräch, weil sie halt eifersüchtig wurde, interessanterweise nur auf andere Frauen, nie auf Männer. Bei Männern konnten wir reden, bei Frauen war es immer so, hm, du willst was von der und hier und da und ja, weil Bi, du kannst ja gar nicht ganz treu sein. Und so, das ist eigentlich das Einzige. Also wirklich so schlimme Erfahrungen. Nicht, also gegen mich persönlich. Ich war halt während der Schulzeit nicht geoutet. Da gab es halt immer so dieses typische Gerede, so, dass es auch Beleidigungen war, wenn jemand als schwul bezeichnet wurde. Und, aber ich war irgendwie nie davon betroffen, sondern nur Leute um mich rum. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich geben? Uh, wahrscheinlich einfach früher ich selbst zu sein. Ich habe das sehr langsam angehen lassen mit so, hm, auch mich so zu kleiden, wie ich mich kleiden möchte. Oder zum Beispiel jetzt, ich hatte eine Zeit lang immer die Nägel lackiert, ich trage gerne Make-up, ich habe ab und zu zum Fallen High Heels an, wenn sie gerade nicht kaputt sind. Und früher habe ich mich das einfach auch nicht getraut, so vom Umfeld her. Mittlerweile ist mir das komplett egal. Und eigentlich hätte ich da schon viel früher mit anfangen sollen, weil es fühlt sich einfach besser an, wenn man nicht versteckt, wie man sich fühlt. Gerade auch bei dem Thema. Vielleicht auch ein bisschen früher anfangen, mit mich bei Freunden outen, weil die sind alle cool damit und es sind lustige Gespräche drin. Einfach nur, dass man komplett offener mit dem Thema umgeht, weil ich finde, es ist in manchen Kreisen einfach noch schwierig, über sowas zu reden. Was auch ein Grund ist, warum ich so offen damit umgehe, damit Leute merken, hey, das ist ein Thema, aber das kann man mit mir reden und damit sie sich auch trauen. Und einfach auch nur, dass man einfach Leute so sein lässt, wie sie sind und nicht immer so dieses komische, was ist denn mit dem los, der ist anders, der zieht sich komisch an. Oder der hat keinen Sex, der hat zu viel Sex, der hat mit so vielen verschiedenen Leuten Sex. Oder das ist einfach nur albern, finde ich. Also, wir sind alle erwachsen und solange jemand selber damit zufrieden ist, wie er sich gibt, wie er sich benimmt, dann sollte das eigentlich für andere nicht von Interesse sein, einfach. Was ist schön daran, bisexuell zu sein? Was schön daran ist, ich hänge mich nicht irgendwie so am Körper von Menschen so ganz so arg auf, sondern gucke halt mehr auf die Persönlichkeit und wenn die mir gefällt, dann passt mir der Mensch normalerweise. Also ich denke, dadurch, dass ich mich mit dem Thema auch beschäftige, habe ich viele Leute kennengelernt, die interessant sind. Das ist auch so, mein Freundeskreis ist ziemlich mit drin in LGBTQ. Also ich habe auch mehrere Freunde, die bisexuell sind oder auch jetzt Freunde, die trans sind oder so irgendwas. Und ich glaube, das wird mir schon fehlen. Und auch mein Freundeskreis ist ziemlich interessant. Wir nennen uns selber den Flauschhaufen, weil wir immer miteinander kuscheln. Meistens nicht sexuell, aber halt auch manchmal doch sexuell. Und das, glaube ich, wäre, wenn ich hetero oder ganz schwul wäre, nicht ganz so einfach, weil halt da Jungs und Mädels mit dabei sind. Und dann ist es wahrscheinlich einfach auch anders. Vielen Dank für das Interview.